Notebook Oh, schade, ich dachte, wir können es selber malen. Das wäre voll cool. Ach, den können wir vielleicht hier. Ah. Press P to draw the sketch. Ist das jetzt da drin? Krass. Nice. Cool. Das finde ich ja geil. Das ist eine geile Funktion. Oh nein, die wollte ich gar nicht drücken. Oh nein. Okay, ist wieder resettet. Was auch immer das hier ist. Warum, das sind mehr Bücher. Warum lesen wir denn nicht? The legend of Quir-Ne-Loc. One, Quir-Ne-Loc. Ja, Gworn. A Dulmarian for land of undying thoughts is a mythological world first mentioned in an ancient Dulmarian manuscript where it represents a great but undefined and uncontrolled power. According to the legend, wielding the power of Quir-Ne-Loc is a double-edged sword. Holding the metaphorical meaning of the greatest, ultimate responsibility, this legendary world has a considerable impact on literature. Due to its enigmatic and unclear meaning, this world has no defined role in the Dulmarian mythology. The allegorical aspect of Quir-Ne-Loc was taken up in the works of several post-Dulmarian writers. There are writings in which Quir-Ne-Loc is mentioned as the world of the saviors as an example of utopia. However, in several manuscripts, writers blame the curse of this world for the very fall of the Dulmar. According to the legend, Quir-Ne-Loc is a monoway world that was hidden within the world chain, somewhere between the Lashan line and the eastern edge of the Ilona world cloud. According to our current knowledge, the idea of a hidden world contradicts the rules of the world chain. Many unsuccessful expeditions were known in search of Quir-Ne-Loc throughout centuries. While present-day philologists and historians agree that the story is fictional, there is still debate on what served as its inspiration. What are the philologists? I don't know. What is it there? Oh, they find a series of world a secluded world mostly published by primitive, independent tribes, a cloud of 21 civilized worlds, which are members of the United Empire of Worlds. Okay, the things are still streaming, as we are seeing. Das hilft uns schon mal. Kristalle leiten Strom und Kristalle Wir malen jetzt Strom auf. Aber ich muss da irgendwas mitnehmen können hiervon. Wir müssen das uns zunutze machen oder nicht. Irgendwie müssen uns das so zunutze machen. Nur wie? Und hier die orangenen Crystals haben wahrscheinlich noch eine komplett andere Bedeutung oder Funktion. Nur welche? Komm, da können wir doch kurz runterklettern. Das ist ja jetzt nicht das Thema. Das könnte ja ein Stinkefinger sein. Du mich auch, ey. Du mich auch. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwie Licht hier hinbringen müssen. Und das weiß ich tatsächlich nicht, was das hier ist. Wir könnten vielleicht ja auch Licht hinbringen. Aber wir haben ja kein Kristall oder so. Ich werde die Linse mitnehmen. Ah, guck mal hier. Das ist schon mal interessant. Ein Strich. Okay, dieses zu holen. Okay, schräg nach unten und zwei Striche durch. Finden wir das? Finden wir das? Eins? Wo ist die Eins? So was in der Art, aber nicht das. Okay, ist auf jeden Fall ein ganzer Code. Der steht bestimmt hier irgendwo an den Wänden. Dann kommen wir hier später mal wieder. Ich gucke mich erstmal nur mal weiter um. Oder? Aha. Aha. Okay, da müssen wir ein Crystal zwischenlegen. Wir haben nur keinen. Schade, dass hier keiner liegt, den wir dazwischen packen können. Oh. Okay, was bringt uns das jetzt? Ich glaube, die leuchtet jetzt. Das ist das Ding. Mal gucken hier. Also, es leuchtet. Aber was wir nun genau damit machen sollen? Ja, keine Ahnung. Das sind einfach nur die Symbole, welche Zahl welche ist. Aber nun, wo genau wir nun die Zahlen finden, weiß ich nicht. Hier gibt es auch noch einen Pinsel, ne? Hier gibt es auch noch einen Pinsel, ne? Hier gibt es auch noch einen Pinsel mit Leuchtfarbe. Aber das hilft uns ja auch nicht so wirklich. Und ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ob nur die Blauen das Revealen, oder auch die Orangen. Das konnten wir bisher noch nicht so wirklich sehen. Das wird Sinn machen, ein paar Kristalle mitzunehmen. Das will ich nun mal so sagen. Okay. Hier kommen wir ja nicht weiter, oder? Das, da haben wir gar keinen Platz daran, um es aufzuhängen irgendwie. Und warum können wir das Ding nicht mitnehmen? Das wird doch bestimmt da hinten reinpassen. Was war das denn für ein Geflackert, der da gerade? Nee. So, Game. Was soll ich machen? Kann sein, dass es für euch schon offensichtlich ist. Für mich irgendwie noch nicht so. Ähm. Will bestimmt irgendwas hier drin sein, aber... Ich verstehe es noch nicht ganz. Vielleicht können wir dann nachher... Ist das ein Lichtding? Ja, und hiermit hier durch. Und dann läuft das in Kristall an. Und von da aus können wir dann... Wird an der Wand dann über Code projiziert. Oder sowas ähnliches. Wer weiß. Also immerhin wir herausgefunden, wie die Kristalle funktionieren. Man kann sie aufladen. Und sie geben auch Sachen preis. Aber... Aber... Ja... Nein. Oder ist das der Code? Brauchen wir den? Den wir da... Oh, das könnte natürlich sein, ne? Äh... Wollen wir das Notebook denn? N? N. So. Da. Also den als erstes wahrscheinlich. Pass auf. So. Als zweites... Und verkehrt herum ist S mit einem Punkt drin. Äh... Äh... Da. Verkehrt herum ist kleines F. Kann sein, dass es das ist. Ich versuche es einfach mal... Aber schon zu verlieren. Als viertes... O mit einem Strich drüber. Mit einem Strich. Stehe ich irgendwie falsch? Oder sind... Es gibt ein O mit einem Kreis. Es gibt ein O mit zwei Strichen. Es gibt ein O mit einem Strich und Punkt. Keine Ahnung. So ein T. Stehen wir falsch rum. Kann das sein? Nö. Macht auch keinen Sinn. So. Davon gehe ich aus, dass es wirklich der Erste ist. So. Das wird der Zweite sein. Es gibt schon mal kein normales T. Es ist schon mal verwirrend. Wenn das hier die Lösung ist. Drei... Ein F. Kleines F. Eins. Zwei. Könnte auch hier eine 7 sein. Kleines F von einer hässlichen 7. Und T ist einfach nicht dabei. What? Ist wieder geflackert da drüben. Geht ja gar nicht. Ja, das kann also irgendwie... Ja, das kann also irgendwie... Äh... Äh... Ach so. Der produziert Licht, der dann... Durch das die Farbe revealed, aber... Können wir da irgendwas reintun, oder what? Ah, wir haben nichts dafür. Oh, wollte ich nicht. Aber da könnten wir dann theoretisch irgendwas reintun, oder? Wasser? Ach, was weiß ich. Flüssigkeit. Können wir auch nicht mitnehmen hier. Guck mal, da war doch irgendwas. Oder sah es nur gerade so aus? Ich glaube, es sah nur so aus. Ich sehe nochmal weiße Kristalle. Wahrscheinlich sind die ausgenutzt, oder was auch immer. Ja... Wie ich schon sagte. Diesen Bode finde ich einfach nicht. Okay. Nö. Finde ich einfach nicht. Dann jedenfalls nicht alle. Das ist definitiv der erste, und das ist definitiv die zweite. Und der Rest ist absolut gibberish. Das wird doch kein... Das wird doch nicht das F sein, oder? Keine Ahnung. So, nur ein O mit einem Strich drüber. Mehr ist es nicht. Könnte auch das sein, aber das glaube ich nicht, weil da der Strich der in die Richtung ist. Ja, zack, zack, zack. Jemand von euch eine Idee? Ich nicht. Nö. Eieiei. Nein, hier ist es offensichtlich. Ich kriege es noch nicht auf die Reihe hier. Oh, guck mal, die Linse können wir noch mitnehmen. Das wird uns immens helfen. Die hat bestimmt mehrere. Funktionen, sonst hätten wir den, glaube ich, nicht wieder zum rausnehmen. Können wir nicht mit einer Linse und so gucken, welche Tasten das letzte Mal gedrückt wurden? Vielleicht hat da jemand mit Farbe die Dinger markiert. Eins, zwei. Hm. Vielleicht habe ich auch irgendeine falsche Idee. Ich weiß es nicht. Ich weiß dasinciko uphold. cież executive. Ich weiß es nicht.